Das Wichtigste für uns als linke Politikerinnen und Politiker ist, den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern zu suchen. Und was ich heute erlebt habe, auch meinen Spaziergang oder auch im Bus mit Thorsten Koplin hier als Kandidat war toll. Viele kennen Thorsten, er geht uneingeschränkt auf die Leute zu und macht ihnen klar, ich möchte, dass sie mitbestimmen und mitmachen. Das ist ein Erfolgsrezept und ich wünsche Ihnen viel Glück. Vielen Dank.